Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute das Thema Marketinginvestition, Werbeinvestition, Marketingbudget und Fördermittel, Förderprogramme und finanzielle Vorteile nutzen. Das machen wir heute und zwar wie folgt. Welche Investitionen und Kosten aus dem Bereich Marketing, Skalierung und Wachstum sind eigentlich förderfähig? Und wie ist die sinnvolle Vorgehensweise, um Förderprogramme für Unternehmen nutzbar zu machen? Und was ist eigentlich zu tun, um die Zuschüsse und Förderprogramme zu erhalten? Wie können Unternehmen bis 10 Mitarbeiter und wie können Unternehmen bis 240 Mitarbeiter die gleichen Förderprogramme nutzen und damit die Marketingkosten vorvor finanzieren, also quasi Liquiditätsgewinne einstreichen? Und was sind die 10 wichtigsten Punkte, die um das Thema Marketing und Förderprogramme zusammenzubringen und im Unternehmen die finanziellen Vorteile zu erhalten? Das sind alles Themen, die wir nicht nur hier, sondern auch in meinem Vortrag auf der Marketing-Offensive besprechen, am 9.10. in Hamburg. Aber hier ist schon mal das Insight dazu, damit Sie jetzt heute schon in diesem Fördermittel-Podcast die ersten Handlungen vollziehen können und nicht warten müssten bis in den September. Also bis gleich. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittel-Experte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Und wir springen mal wieder voll rein ins Thema. Warum? Das Thema Marketing und Fördermittel ist ja so, ich will nicht sagen wie Feuer und Wasser, aber es ist doch sehr differenz zu betrachten. Warum? Wenn wir erstmal den Begriff Marketing uns jetzt heute sparen, zu definieren. Warum? Es gibt wahrscheinlich 10.000 Marketingbegriffsdefinitionen und eine auch betriebswirtschaftliche und wissenschaftliche, aber es mir völlig wurscht. Warum? Aus der Praxis ist ja wie folgt aus. Die meisten Unternehmen würden gerne viel mehr in Facebook oder Instagram, LinkedIn oder Offline mehr auf die Messe gehen, also mehr Geld in Marketing, in Werbung, ich weiß, ich packe das jetzt mal zusammen, investieren, um damit einfach dem Vertrieb mehr Leads zu generieren, warme Leads zu generieren, interessierte Leads zu generieren, tolle Kundenkontakte oder überhaupt mal Interessentenkontakte zu ermöglichen. Und dann gucken die in das Budget rein, wenn sie eins haben. Die meisten haben gar kein Budget, sondern die machen das einfach so Management bei Kontostand. Und deswegen kommen die auch nicht voran, weil die das meistens zu klein kalkulieren. Kann ich Ihnen sagen, aus fast 30 Jahren Erfahrung, jetzt sagen Sie wahrscheinlich bei sich, bei mir ist das anders. Ich sage, okay, dann gucken Sie auf Ihren Kontostand, wenn da nicht ein paar Millionen drauf sind, die Sie einfach als Vermögen nennen können, dann haben Sie doch nicht alles umgesetzt, was geht. Warum? Die erfolgreichen Unternehmen haben einfach mal ein paar Millionen auf Tasche. Und für einige klingt das jetzt ziemlich direkt, aber es ist doch so. Die meisten, die nicht groß genug sind, die meisten Unternehmen, die haben einfach falsche Entscheidungen getroffen. Klingt jetzt auch ganz trocken, aber so. Und das fängt meistens im Marketing und in der Werbung an. Es wird irgendeine Werbung nicht geschaltet, weil man nicht weiß, welche Ergebnisse es bringt. Weiß ich auch nicht. Wenn Sie mich fragen, ja, Sie sind doch schon so groß und so. Ich sage, ja, meinen Sie, ich habe das Wissen mit Löffeln gefuttert und weiß, welche Marketingaktion am besten ist. Ich kann eine schlechte, also ich nicht, aber unsere Mitarbeiter können unsere schlechte Werbung schneller abschalten. Das war früher nicht so. Dann hat man ja irgendwelche Zeitungsannoncen gebucht, damit man guten Preis hatte und hat so Hoffnungsmarketing betrieben. Das müssen Sie heute im Digitalmarketing nicht mehr. Und da sind wir auch schon beim Thema Förderung. Trotzdem ist Förderung gibt, Förderprogramme in verschiedensten Bereichen, hat sich aber auch gleichzeitig das Thema Marketing extrem vergrößert, weil wo wollen wir abgrenzen, was zum Thema Marketing gehört. Wir haben hier einen Praxisfall mit über 208.000 Euro Zuschuss. Dann sagen Sie, was? Marketingzuschuss 208.000 Euro? Ich sage, ja, was wurde da gemacht? Wir haben einen Zuschuss von 208.000 Euro generiert, aber gleichzeitig auch einen Förderkid implementiert, der ein Jahr tilgungsfrei war. Der hatte so circa 270.000 Euro, rund 267.600 Euro. Dann merken Sie schon, okay, da geht es also gar nicht um Zuschussmarketing. In diesem Praxisfall geht es darum, einfach eine Liquiditätslinie aufzubauen, um damit dann eine, jetzt kurz festhalten, eigene KI zu entwickeln, die die eigene Werbeaktivitäten optimiert. Und dafür wurden Menschen eingestellt, teilweise schon da. Dann haben die einen Zuschuss auf die Personalkosten bekommen. Danach haben die die Werbekosten optimiert. Und danach hat man dann auch die Liquidität für die Fördermittel eingesetzt und auch für die Werbekosten, also für die Werbeinvestition, für die Marketinginvestition. Und danach ist das Unternehmen auch gewachsen. Warum? Wenn man von Intelligenz entscheiden kann, weil man die richtigen Daten hat, dann kann man auch bessere Ergebnisse erzielen. Also hier wird nicht nur gedacht, ah, die sprechen von Online-Marketing, Facebook-Ads und Sonstiges. Nee, das Thema Förderung setzt viel, viel, viel größer an, viel, viel, viel weiter und viel, viel intensiver. Wir haben ein anderes Thema. Wir haben einen Start-up begleitet und die wollen in Europa, oder haben in Europa zwischendurch jetzt Fuß gefasst. Das ist so vor zwei, sagen wir jetzt 23. Oder am 21. August übrigens, damit sie da nicht denken, wir machen irgendwelche lustigen Sachen irgendwie vorab, sondern das ist mal ganz aktuell. Warum? Brennendes Thema. Wir haben vor zweieinhalb Jahren das EU-Förderprogramm gemacht. Zuschuss war 2,05 Millionen Euro, also rund 2 Millionen Euro. Dann gab es da, also als Zuschuss geschenktes Geld vom Staat. Das war für die Personalkosten. Gleichzeitig gab es ein Kombiprogramm für das Thema Markt in Gangsetzung, Marketing und Bewerbung des Produktes, was noch vom Unternehmen quasi in den Markt getrieben werden sollte. Da gab es eine Linie, nicht rückzahlbar, die nächsten vier Jahre in Höhe von 3 Millionen Euro. Die haben also 3 Millionen Euro Marketingbudget bekommen, um das, was ihre Leute, wozu sie 2 Millionen Euro Zuschuss bekommen haben, überhaupt mal in den Markt reinzutreiben. Das heißt, eigene Online-Aktivitäten, eigene Ads, eigene Funnel, alles alleine gemacht. Das ist ja auch kein Wunder heutzutage, ich weiß, aber das muss man ja trotzdem erstmal tun in der Größe. Und die haben das dann einfach vorangetrieben. Die haben mit harter Arbeit das vorangetrieben. Und daraus kam eine Gesamtfinanzierung von fast 7 Millionen Euro. Davon wurden 2 Millionen Euro als Zuschuss gefördert. 3 Millionen war quasi rückgestelltes Liquiditätskapital aus dem Förderprogramm der Europäischen Union. Und 2 Millionen hat noch einen Investor beigesteuert. Das muss man dazu sagen. Das ist also auch nicht vom Himmel gefallen. Wenn sie sagen, das sind aber ganz schön große Zahlen. Ich sage, ja, aber die haben halt auch große Ideen und große Ideen brauchen halt große Zahlen. Wenn sie jetzt sagen, mir würden ja schon 50.000 Euro reichen. Dann sage ich, das ist schwierig. Was wollen Sie mit 50.000 Euro machen? Das verbrennt ja. Da brauchen Sie schon 10.000, 15.000 Euro zum Testen von irgendwelchen Ads. Jetzt sagen einige Facebook-Ads-Profis. Da muss man nichts testen. Also ich kann eben aus meiner Praxis sagen, wir haben Online-Kongresse gemacht, kann ich beweisen, beim Notar, alles dokumentiert mit über 3.000 Teilnehmern zum Thema Fördermittel. Und wir haben dann für die Wärmephase Geld verbrannt. Nur so ein bisschen, so 5.000 Euro. Andere sagen, was? 5.000 Euro verbrannt? Ich sage, ja, da kam gar nichts. Da haben wir erst mal Zahlen generiert. Wer da jetzt quasi auf das Thema reagiert aus dem Bereich Facebook, Instagram. Und dann haben wir angefangen, Werbung zu schalten. Und dann hat die Werbeagentur noch irgendwie 2.000 bis 5.000 Euro gekostet, plus noch die Ads 5.000 bis 10.000 Euro. Und dann waren wir nachher irgendwie bei 10.000, 15.000 Euro im Monat, haben das drei, vier Monate laufen lassen. Ich bin nicht mehr ganz im Bild, ob es 3.000 oder 3.500 waren. Und das haben wir alles natürlich aus eigener Tasche bezahlt. Und dann haben wir aber den Online-Kongress so digital aufgebaut, dass wir den haben fördern lassen. Wie das denn? Naja, es gibt ein Förderprogramm, das solche Konstruktionen halt fördert. Warum? Da geht es ja um Know-how, um Erkenntnisgewinne, um Studienmaterial und tausend Sachen. Das heißt, wir haben unsere eigene quasi Research gemacht in dem Produkt. Und das gab auch eine Förderung. Das heißt, ich hatte mehr Liquidität zur Verfügung für mehr Leads. Und deswegen hatten wir so einen großen Erfolg. Dazu muss man aber mal eine strikte Herangehensweise machen. Und das ist auch ein Praxisbeispiel, das ich gerne zeige. Zum Beispiel auf der Marketing-Offensive am 9. und 10. September in Hamburg. Ich packe hier einen Link rein, da gibt es nämlich super Gutscheine mit 20% Rabatt auf den Einkauf. Soll heißen, wenn Sie nochmal wollen und tiefer in das Thema einsteigen wollen, Marketing-Offensive in Hamburg am 9. und 10. September. Und ich halte da einen Vortrag am Sonntag um, ich glaube, 12 Uhr. Und eine Stunde, wenn wir mal ans Eingemachte von Praxisbeispielen gehen, wie Sie Ihr Unternehmen mal auf eine höhere Flugbahn bekommen zum Thema Marketing- und Förderprogramme. Auf jeden Fall hier in den Shownotes ist der Link mit 20% Preisreduktion auf den quasi Ticketpreis. Wenn Sie sich also ein VIP-Ticket kaufen, das kostet 1.999 Euro, da kriegen Sie 20% Rabatt, sind 400 Euro Rabatt. Also dieser Podcast, die hat Ihnen jetzt gerade als Person schon mal 400 Euro gespart, wenn Sie richtig investieren. Dann sagen einige, naja, aber ich will nicht so viel Geld ausgeben. Ich sage, sehen Sie, das ist wie beim Marketing. Zu tief investiert, einfach kein Erfolg. Klingt hart, aber ist so. Warum? Sie brauchen einfach das richtige Netzwerk, die richtigen Leute. Aber das ist, anyway. Aber auch die anderen Kategorien, ja, Gold, Silber und was es da noch so gibt oder so, haben auch alle 20%. Also mit dem Gutscheincode, der dabei ist, der Gutscheincode heißt KAI20, KAI20. Packe ich auch noch in die Schonhalts rein. Also es ist ein Link drin und der Rabattcode KAI, also KAI20, dann kriegen Sie 20%, wenn Sie das im Gutscheinfeld auf dem Ticketcenter auch eintragen. Sonst gibt es nichts. Keine Geld-zurück-Garantie, nichts anderes. Umtauschen geht auch nicht, weil Sie dementsprechend hier heute einmal zugehört haben. Also, das zum Thema Marketing-Offensive. Jetzt vor allem mal der Praxisfall. Ich habe ja vorne gesagt, was ist eigentlich zu tun, um Zuschüsse und Förderprogramme zu erhalten? Die richtige Vorgehensweise. Die meisten sagen, ja, ich investiere ja sowieso in Werbung. So aus dem Cashflow raus. Ich sage, ja, das ist ja auch nett, aber wie ist denn der Plan? Wie ist das Projekt? Wie? Ich sage, ja, Sie werden ja nicht einfach Werbung laufen lassen. Doch, doch, wir lassen Werbung laufen. Ich sage, ja, mit welchem Ziel? Ja, wie, welches Ziel? Ich sage, ja, was ist denn Lead-Kosten, Customer? Was wollen Sie denn einfach da machen? Mit welchen Leads? Welcher Qualität? Was wollen denn da am Ende rauskommen? Ja, es gibt kein Ende. Ich sage, wissen Sie, weil Sie kein Ende haben, haben Sie auch kein Ergebnis. Mal nachgedacht und zugehört? Planen Sie einfach mal 90 Tage eine Werbeaktion und gucken nach quasi alle 10 Tage mal rein, wie sich das entwickelt hat. Dann haben Sie schon mehr Plandaten, als Sie vorher hatten. Wer gibt denn heutzutage noch einfach Geld bei Facebook und Google aus? Da können ja tausend Sachen drauf geklickt haben. Es gibt ganze in Indien irgendwelche Click-Center, die kriegen einen Cent für einen Klick, nur damit irgendwelche Werbeanzeigen geklickt werden. Das ist kein Witz. Ja, können Sie ja nachlesen, ist ja offiziell schon bestätigt worden. Also, Sie müssen auch mal darauf achten, wo Sie Ihr Geld ausgeben und dazu müssen Sie ja Anfang und Ende setzen. Wenn Sie jetzt eine Werbeaktion planen und wenn ich Sie auf der Marketing-Offensive frage, hey, wie läuft die Aktion? Irgendeine, dann sagen Sie, ja, die hat am 1. September begonnen, soll 30 Tage laufen, wir haben das und das Ziel, das und das Budget, da sind wir bereit im Korridor zu arbeiten, wir wollen die Lead-Generation haben, wir wollen die Webseite nutzen, wir sehen das am Traffic auf der Webseite und so weiter und so weiter. Ich weiß, die Profis unter Ihnen, für die ist das normal. Aber wir als Amateure, und ich beteile mich auch dafür, für mich ist das nicht normal. Ich brauche da jemanden, der mir das erstmal übersetzt, was das alles heißt. Welche Klicks, welche Leads, welche Qualität. Deswegen kann ich hier auch so super schlau sprechen und sagen, ja, Sie brauchen da jemanden, eine Agentur wahrscheinlich für oder einen Profi, der das bei Ihnen im Haus, in-house macht, damit Sie das überhaupt interpretieren können. Das ist die Antwort. Was ist zu tun, um Zuschüsse und Förderprogramme zu halten? Einen Anfang brauchen Sie, ein Ende brauchen Sie, ein geplantes Ziel, Ergebnisse, Qualitätsnachweise, Beschreibung. Dann sagen Sie, das ist der Aufwand. Ich sage, nee, das ist eine normale Konzeption für eine Werbeaktion. Warum? Sonst blasen Sie da einfach 4, 5, 6, 7, 8, 500.000 Euro raus und da passiert gar nichts. Das Gleiche ist auch, wie können Unternehmen bis 10 Mitarbeiter oder bis 249 Mitarbeiter eigentlich die gleichen Programme nutzen? Naja, weil viele Förderprogramme nicht auf die Größenklasse ausgezahlt sind, sondern auf die Funktion. Wenn Sie zum Beispiel im Marketing ein Förderprogramm nutzen, zum Beispiel digitales Marketing, dann gibt es Förderprogramme, die sind bis 499 Mitarbeiter geeignet und einige nur bis 49 und einige nur bis 99. Das ist das gleiche Förderprogramm, aber eine andere Topfart. Das heißt, Sie haben keinen Nachteil, wenn Sie groß oder klein sind oder klein oder groß sind oder in welcher Branche erstmal. Grundsätzlich geht es um die Investitionen, die Sie geplant haben im Bereich Marketing und im Bereich des Wachstums und das zusammengenommen ergibt eine Kombination von Förderprogrammen, die dann wieder aufgrund Ihrer Größe zu Ihrem Unternehmen passend aufgebaut ist. Das sind so die wichtigsten Themen. Also Sie merken, es gibt Praxisbeispiele, wo wir 200.000 Euro Zuschuss gemacht haben. Wir haben ein Praxisbeispiel mit 2 Millionen Euro Zuschuss. Es gibt auch Praxisbeispiele mit 50.000 Euro Zuschuss. Und sagen Sie, ja, das war ganz schön klein. Ich sage ja nicht, jeder will gleich 500 Millionen investieren. Also Sie merken die Spannbreite zwischen Zuschuss, Liquidität, vielleicht noch Eigenkapitalförderprogramme für eine Hardwaresteuerung, weil Sie sagen ja, Sie wollen die ganze Hardware quasi bei sich optimieren, um dann auch noch das Marketing zu optimieren. Alles nicht so ein Problem, wenn man die richtigen Fördertöpfe kennt. Und wenn Sie wissen, alles klar, das ist mein Plan. Also das Erste, was Sie machen bitte ist, machen Sie mal eine Anfang-Ende-Steuerung. Also wann soll was enden? Wann soll was beginnen? Wer ist verantwortlich? Gibt es dafür eine Assistenz, also eine Vertretung? Welches Budget haben Sie da drin? Wie lange soll das dauern? Was erwarten Sie als Ergebnis? Und wie steuert das Ganze sich aus? Und wer prüft das eigentlich bei Ihnen im Hause? Wenn Sie damit hinkommen, egal, dann sind Sie schon mal super, super unterwegs, weil daraus kann man quasi ein Planungsszenario ableiten, das wiederum mit Schnittstellen zu Förderprogrammen verbunden wird. Warum? Sie werden ja bei Förderprogrammen gebunden. Wo wollen Sie hin? Wie teuer? Wie groß? Wie klein? Wie dick? Wie dünn? Und wenn Sie das heute schon vorbereiten, dann können Sie entweder auf der Marketing-Office mir direkt überreden. Dann kriegen Sie direkt das Feedback gebührenfrei. Sie brauchen nur ein Ticket kaufen. Dann kriegen Sie direkt vor Ort wirklich Feedback von mir, wie das geht, welches Programm, was läuft und was läuft nicht. Oder Sie folgen diesem Podcast weiter und sagen alles gleich, hören wir noch weitere Sachen an. Oder Sie machen bei uns einen Fördermittelcheck bei www.federconsulting.com. Federconsulting.com gibt es einen Fördermittelcheck, ist gebührenfrei. Können Sie auch vorab was testen lassen. Aber wie gesagt, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie wir Ihr Marketing hochpushen können mit ergänzenden Förderprogrammen, dass Sie endlich mal in eine Wachstumsphase kommen, die wirklich auch Sprungwachstum ist und nicht nur Seitwärtswachstum, so von Jahr, von Jahr, von Jahr, so 10%. Es geht in allen Branchen nicht gleich um 50%, aber es geht in vielen Branchen auch um 18, 19, 20% Wachstumsmöglichkeiten. Wie gesagt, das geht nicht überall. Ich verdoppel immer meinen Umsatz. Das geht gar nicht technisch. Ja, im Schwerindustriebereich kann man nicht einfach mal von 500 Millionen auf eine Milliarde Wachstums generieren in einem Jahr. Im digitalen Bereich mag das gehen. Also, Sie wissen jetzt einen Ansprechpartner zu haben. Sie wissen meinen Namen, Kai Schmüllfeder. Sie wissen, dass der Podcast gibt. Sie wissen, es gibt eine Marketing-Offensive. Die Ticket-Rabattcodes packe ich in die Shownotes rein. Wenn Sie das verpasst haben oder nicht können, dann folgen Sie diesem Podcast. Folgen Sie unseren News. Folgen Sie sonst was, was wir veröffentlicht haben. Wir haben hunderte Möglichkeiten, dass Sie ins weitere Wachstum kommen. Sie merken es ein bisschen aufgeregt, warum. Ich höre die letzten Tage immer so, ja, wir müssen da sparen, da sparen, da sparen. Ist aber doch nicht im Marketing. Am Personal bitte nicht sparen, also am Mitarbeiter nicht und nicht im Marketing. Das sind die zwei wichtigsten Elemente für das Wachstum Ihres Unternehmens. Also, hier war der Kai Schmüllfeder. Nochmal. Link ist in den Shownotes für die Marketing-Offensive. Es ist eine Veranstaltung. Es sind circa 35 Speaker. Ich bin einer davon. Ich habe einen Vortrag am Sonntag, den 10. September. Sie können ein Ticket haben. Hier auf dem Link und in den Shownotes kriegen Sie die Linkseite. Und dann ist da auch der Rabattcode Marketing-Offensive 2023. Und der Rabattcode hat 20 Prozent auf alle Kategorien. Also, mehr kann ich Ihnen auch nicht zuliefern. Wenn Sie das nicht nutzen wollen, geht die nächste Chance vorbei. Also, hier war der Kai Schmüllfeder. Ich wünsche euch eine fantastische Zeit. Bis dann.